Diese Babystation ist schon eine verrückte Sache. Morgen früh werden neue Sandmänner in den Krippen liegen. Woher weißt du das? Ein paar von unseren Sandmänner müssen heute ins Karussell. Und Sandmänner erneuern sich immer so viel Preis. Aber das ist doch nur eine Vermutung. Man hat uns beigebracht, dass einer geht und einer kommt. Zug um Zug! Was hast du dagegen? Das funktioniert doch großartig. Es verhindert die Überbevölkerung. Für den, der geht, wird einer geboren. Das ist doch logisch und perfekt. Weißt du, eine bessere Lösung? Aber ich denke immer wieder darüber nach. Mir scheint dieses Prinzip zu perfekt. Ich kann es nicht wie du. Einfach automatisch jemanden. Logen, hör auf. Das ist die beste Lösung. Entschuldigung. Hör zu, Logen. Du weißt ganz genau. Ein Sandmann darf nicht so viel nachdenken. Sag mal, warum hast du diesen Roten eben so böse angesehen? Weil er sich nicht erneuern lassen will. Ich konnte seine Gedanken lesen. Hast du schon Francis VIII gesehen? Ich habe mich noch nie für ihn interessiert. Weißt du, mein Job reicht mir nämlich völlig. Alles andere ist mir egal. Warum bist du so neugierig? Oder weißt du etwa, wer seine Mutter war? Natürlich nicht. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Ach so. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig.